Was geht YouTube? Marcel zu dem Skorpion ist Beckham-Start hier für euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier auf dem Ruin-Clan-Channel. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, habt ihr Schmalz in den Ohren oder was? Labert der Tüter, was macht der denn auf diesem Channel hier, Leute? Ja gut, das bin ich ja bereit. Ich hab uns einfach kurz erzählt, wie das gekommen ist. So, erstmal kurz zum Gameplay im Hintergrund. Und zwar hab ich mir immer gedacht, was ist ein bisschen Abwechslung. Und zwar hab ich einen One-on-One im Hintergrund, der so ein Abwechslung hat. Er wollte mich unbedingt abwechslung. Und ich hab einfach, ich hab ihn einfach zerstört, Leute. Und er hat uns dann noch gebootet, richtig. Moin, meine Freunde, Gameappos hier. Heute mal wieder mit einem Leuten Live-Commentary. Black Ops 3 ist endlich auf meinem Kanal angesagt. Ich freu mich richtig krass auf das Spiel. Und ich würd sagen, wir fangen direkt mal an, Alter. Ich werd die alle so zerbersten. Das glaubt ihr gar nicht. Direkt los geht's mit der Faro. Grüße an dich, Faro. Ich sag euch, diese Waffe ist hier. Ja, wo schluss, Leute? Geh, es ist ein Back. Und ich darf, oh mein Gott. Oh mein Gott. Und ich darf euch heute wieder mal ganz gechillt, Leute. Ganz gechillt begrüßen. Hier zu einem erneuten, oh mein Gott. Gameplay-Commentary hier auf dem Ruin-Clanschen. Meine Freunde. Ich werde von Nohands gespawned, schweb. Er heißt Nightstyle. Seine Perks sind, keine Ahnung, flinke Hände spielt er nur. Er hat 21, 3. Nicht die 16, 11. Er ist besser als ich, Mann. Er spielt Only-Flegende. Ich werde von denen gespawned, Alter. Mit King und Clan-Tech. C4, AN und zwei Perks. Wer macht denn sowas, Alter? Es gibt noch keine Triple-Cam in Deutschland und geschweige denn... Triple-Cam live! Triple-Cam live, Jungs! Triple-Cam live. Ich bin... Es ist unglücklich. Ich hab die Triple-Cam live. Ich hab die erste Triple-Cam Deutschlands. Solo. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, Jungs. Ich kann nicht mehr. Ich hab's geschafft. 46, 45, 44. Hey, yo. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Kommentary hier auf meinem Kanal, Leute. Ich spiel Herrschaft of Raid. Oh mein Gott. Und ich werde gleich gesnackt. Ach du Scheiße. Egal, Scheiß drauf. Es ist jetzt schon ewig her, als ich das letzte Mal ein normales Live-Kommentary hochgeladen habe hier auf meinem Kanal. Aber heute wird's auf jeden Fall mal wieder. Was geht ab, Freunde? Ich bin der Neve von FeelGamingTV hier und herzlich willkommen zu meinem ersten Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer Let's Play. Ja, heute werden wir eine Runde im Online-Multiplayer-Modus von Black Ops 2. Eine Runde Klicks-Mobile. Mein unbebessen, einfach mal deine Klicks-Reißen. Ich hoffe mal, dass ich euch was Geiles bieten kann. Aber ich bin jetzt hier richtig da. Ich bin jetzt hier ein paar Minuten. Ein Jahr, ich hab jetzt hier richtig einen Blick Klicks-Scope. Zurück und gönnt euch. Oh ja, ich hab lieber schon gute Laune. So, ihr seht jetzt, Black Ops 2 ist endlich da. Und es gab eigentlich erst Probleme mit, ähm, Rocks Games, was ich euch empfohlen hatte. Und zwar, die UK-Version ist halt heute Samstag angekommen. Aber die Deutsch, Deutsch, Deutsche Version, äh...